Schönen guten Tag. Also im Grunde ist es ja so, dass eben schon mal Herr Grasmück gesagt hat und auch davor schon mal mehrfach wiederholt worden ist, dass es in Deutschland sozusagen so ein Problem damit gibt, sich an die Tatsache zu gewöhnen, dass man jetzt eine Einwanderungsgesellschaft ist. Das ist so etwas, was besonders für mich besonders langweilig ist, das immer wieder zu wiederholen, weil ich halte sehr oft Vorträge darüber und manchmal fragt man sich, warum muss man das eigentlich jedes Mal wieder sagen. Auf der einen Seite ist es so, dass Deutschland zumindest im Vergleich zu anderen europäischen Ländern ein relativ junges Einwanderungsland ist. Es klingt ein bisschen irre in Anbetracht sozusagen der Fakten in der Bundesrepublik Deutschland, aber nichtsdestotrotz ist es so, dass man im Grunde alle Erfolge, alle Misserfolge, alle Gewohnheiten und ständige Überraschungen immer daran messen muss, dass 1998 zum ersten Mal eine Bundesregierung anerkannt hat, dass es einen sogenannten unumkehrbaren Prozess der Zuwanderung gegeben hat. Auch das klang damals schon etwas befremdlich, als es geäußert worden ist, aber das Wort unumkehrbar war das Stichwort darin und dann gab es 2000 die Veränderung der Staatsangehörigkeit, eine substanzielle Veränderung der Staatsangehörigkeit weg vom sogenannten Jus Sanguinis, also dem Recht des Blutes hin auf die Tatsache, dass jemand, der in Deutschland geboren wird, auf deutschem Territorium geboren wird, dann die Staatsangehörigkeit auch zugeschrieben bekommt. Also vor 1998 gab es im Grunde die Fiktion, dass die sogenannten Ausländer, die damals schon eine durchschnittliche Aufenthaltsdauer von 15 Jahren hatten, dass diese Ausländer irgendwann wieder nach Hause gehen und dass sich alle Probleme, zum Beispiel auch für das Bildungssystem, dadurch erledigen, dass die Ausländer wieder nach Hause gehen. Ich meine, das klingt, wie gesagt, das klingt wirklich lustig, aber tatsächlich war das die Fiktion, die die Bundesrepublik aufrechterhalten hat und das hat natürlich auch im Grunde sozusagen die politischen Maßnahmen lange Zeit geprägt. Und erst in den, wie auch immer, Nullerjahren hat man dann angefangen, sich mit der Tatsache auseinanderzusetzen, dass die Bevölkerung jetzt sozusagen eine Vielheit geworden ist und dass man diese Bevölkerung gewissermaßen mit dieser Bevölkerung umgehen muss, mit dieser Bevölkerung arbeiten muss. Und die Kanzlerin hat es ja in der Regierungserklärung für die Große Koalition nochmal gesagt, Deutschland, das sind wir alle, ob wir einen Migrationshintergrund haben oder nicht. Aber das ist quasi immer noch was, was die Kanzlerin in einer Regierungserklärung von 2018 sagen muss. Insofern ist es so, dass quasi die Reaktionen, zumal im Bildungsbereich, auch welche sind, die eine gewisse Eingefahrenheit haben. Also wenn man lange Zeit Dinge einfach auf eine gewisse Art und Weise gemacht hat, dann nimmt man sozusagen das nächste, was passiert, im Raster dessen war, was man schon vorher immer gemacht hat. Das heißt, wenn jetzt sozusagen eine große Anzahl von Geflüchteten in die Bundesrepublik kommt, wie zum Beispiel im Jahr 2015, dann ist das quasi immer noch so eine Art Erscheinung. Also das ist so, oh, jetzt kommen all diese Fremden in die Bundesrepublik, jetzt wissen wir gar nicht, was wir machen sollen. Und für das Schulsystem war es dann auch wieder die Diskussion, die vorhersagbar war, nämlich die Diskussion darüber, dass jetzt echt so viele Quereinsteiger an deutschen Schulen sind. Wenn man sich nun so ein bisschen auskennt mit der Debatte über Migration in der Bundesrepublik, dann ist es natürlich so, dass einem die Diskussion über Quereinsteiger relativ stark im Ohr klingelt, weil es so war, dass man in den 70er Jahren bereits über die Gastarbeiterkinder diskutiert hat, zu viele Quereinsteiger an deutschen Schulen. Danach wurden aus diesen Gastarbeiterkinder die sogenannten Ausländerkinder zu viele Quereinsteiger an deutschen Schulen. Dann in den 90er Jahren gab es ja schon mal eine große Einwanderung von Geflüchteten in die Bundesrepublik, Kinder mit Fluchtgeschichte, zu viele Quereinsteiger. Und dann sozusagen waren die Kinder mit Migrationshintergrund, aus den Ausländerkindern wurden die Kinder mit Migrationshintergrund, die waren dann die Quereinsteiger. Und jetzt diskutieren wir wieder über die Kinder mit Fluchtgeschichte als Quereinsteiger an deutschen Schulen. Das ist eine erstaunliche Diskussion in Anbetracht der Tatsache, dass Einwanderung vergleichsweise normal ist. Also wenn wir nochmal uns die Zahlen vielleicht vor Augen führen, also 2015 eine Million, also das war sozusagen die Zahl, die da so im Vordergrund stand. Und dann denkt man ja, eine Million ist echt viel. Aber wenn Sie sich mal die Zahlen angucken, mit denen uns das Statistische Bundesamt penibel genau versorgt, dann können Sie feststellen, wenn Sie das zusammenrechnen, zwischen 1965 und 2014 sind 71 Millionen Leute entweder in die Bundesrepublik gezogen für permanenten Aufenthalt oder hatten permanenten Aufenthalt in der Bundesrepublik und sind aus Deutschland weggezogen. Was bedeutet, wir haben sozusagen eine Fluktuation von circa anderthalb Millionen im Jahr. Vor dem Hintergrund wirkt die eine Million immer noch viel, aber auch nicht mehr so weit von der Normalität entfernt. Vor 1965 möchte ich auch nochmal kurz daran erinnern, zwölf Millionen sogenannte Ostflüchtlinge, die in die Bundesrepublik gekommen sind. Das heißt also, diese eine Million ist Teil sozusagen einer gewissen Normalität, eines normalen Mobilitätsgeschehens in einem Land in der Mitte von Europa. Nun, die Quereinsteiger-Diskussion, also da fragt man sich natürlich immer, also warum ist es so schwer in diesem Schulsystem, eingefahrener Raster, also warum ist es so schwer, eigentlich jedes Kind als einen Quereinsteiger zu betrachten. Im Grunde ist das so. Also wer schon mal mitbekommen hat, wie so eine Grundschulklasse eingeschult worden ist, da stellt man fest, da gibt es Kinder, die können lesen und schreiben und da gibt es Kinder, die können es überhaupt nicht und da gibt es Kinder, die können bis 100.000 rechnen und da gibt es Kinder, die können es überhaupt nicht. Ja und mit dieser Heterogenität geht man um, wenn man sozusagen eine Grundschulklasse unterrichtet, aber die Kinder, die geflohen sind oder die Kinder mit Migrationshintergrund, die sind sozusagen immer wieder das, woran sich sozusagen die Situation reibt. Ja und das hat natürlich auch, wie gesagt, nochmal mit einer gewissen eingefahrenen Wahrnehmung zu tun, also wenn Sie vor zehn Jahren, wenn Sie nochmal zehn Jahre zurückkehren zur Diskussion über PISA, die dann das erste Mal sozusagen den PISA-Schock ausgelöst hat, dass wir doch echt nicht so gut sind, wie wir immer dachten, was das Schulsystem betraf, dann gab es eine Diskussion, die vor den Kulissen geführt worden ist und eine Diskussion, die hinter den Kulissen geführt worden ist und vor den Kulissen hat man schon gesagt, ja das deutsche Schulsystem ist schon sehr selektiv und wir wissen sozusagen, dass Kinder mit Migrationshintergrund oder Kinder aus Unterschichtsmilien oder Kinder auch aus Familien, in denen die Eltern Handarbeit verrichten, dass die benachteiligt sind und wir müssen daran was ändern, aber hinter den Kulissen war das sehr häufig auf Konferenzen und in der Politik so, dass dann gesagt worden ist, naja, wenn wir die rausrechnen, dann stehen wir ja gar nicht so schlecht da und die waren natürlich genau diese, in Anführungszeichen, Problemkinder, abgesehen davon, dass das statistisch nicht stimmt, kommt man natürlich, wenn ich nochmal die Kanzlerin zitieren darf oder Herrn Grasberg eben, Deutschland sind wir alle, Hamburg, das sind wir alle, kommt man mit dieser Vorstellung natürlich überhaupt nicht weiter, sondern eher mit einer Vorstellung, in der die Vielheit oder die Heterogenität eben genau zur DNA gehören müsste, das ist aber nicht der Fall, also auch im Schulbetrieb ist es sehr häufig nicht der Fall und was ist Schule, ist immer eine schwierige Diskussion im Großen und Ganzen, weil sich natürlich einfach Autonomie auch nach unten verlagert hat und wir mittlerweile mit so einem Flickenteppich sehr unterschiedlicher Schulen und Schulsysteme in der Bundesrepublik konfrontiert sind. Das heißt, es gibt Schulen, die das ganz wunderbar machen und es gibt Schulen, und das sind nicht nur die berühmten Leuchtturmschulen, von denen dann immer gesprochen wird, sondern auch ganz normale Kiezschulen, die das ganz ausgezeichnet hinkriegen und dann gibt es Schulen, die das nicht hinkriegen und dann gibt es sozusagen auch länderspezifisch nochmal große Unterschiede zwischen den einzelnen Schulsystemen. Und wenn man Herrn Söder kürzlich nochmal zugehört hat, dann kann man auch sehen, wie sozusagen bestimmte Modelle, sehr eingefahrene Modelle, also fast schon krampfhaft wiederholt werden müssen, obwohl sie letztendlich der Realität nicht mehr entsprechen. Also Herr Söder hat jetzt wieder die Deutschklassen vorgeschlagen, in die man alle Kinder bringt, die nicht zureichendes Sprachvermögen haben oder die noch nicht so weit sind, dass sie die deutschen Werte mit Löffeln gefressen haben. Also darum geht es ja in dieser Deutschklasse auch nach Herrn Söder. Also das ist sozusagen das klassische Modell, mit dem die Schule damit umgeht. Nochmal gerade vielleicht zur Situation, was die Einwanderung betrifft oder was die Zusammensetzung der Gesellschaft betrifft. In der Soziologie haben wir uns mittlerweile, oder auch vom Theater her kennt man den Begriff auch, den Begriff postmigrantisch angewöhnt. Und postmigrantisch geht im Großen und Ganzen in zwei Richtungen. Also postmigrantisch bedeutet auf der einen Seite, dass wir immer schon nach der Migration sind. Also wir stellen die Migration nicht mehr in Frage, sondern wir befinden uns nach der Migration. Und wenn Sie sich die Zusammensetzung der Bevölkerung angucken in den Städten, zumal der alten Bundesrepublik, dann ist das natürlich auch spürbar. Hamburg hat jetzt 34 Prozent Einwohner mit Migrationshintergrund. Bei den unter 18-Jährigen sind es über 50 Prozent mit Migrationshintergrund. Und bei den unter 6-Jährigen sozusagen kommen Sie da in den Bereich von 70 Prozent oder so. In Frankfurt und in Stuttgart, also in den wirtschaftlich starken Metropolen ebenso, wir haben auch fast 75 Prozent, die Migrationshintergrund haben. Das heißt also drei Viertel der Kinder, die demnächst in Frankfurt eingeschult werden, haben mindestens einen Elternteil, das selbst noch in die Bundesrepublik eingewandert ist. Und das ist natürlich schon dramatischer demografischer Wandel, den wir mit diesem Begriff postmigrantisch bezeichnen. Das zweite Richtung von postmigrantisch ist, da funktioniert das Post in postmigrantisch genauso wie das Post in postmodern, dass es so ist, dass wir im Grunde in der Gesellschaft keinen Prozess und kein Feld mehr finden, das nicht von der Migration auf die eine oder andere Weise beeinflusst worden ist. Ja, Sie können mal nachgucken, so in Ihrem Umfeld, ob Sie was finden, was sozusagen nicht von der Migration berührt worden ist, finden Sie hier nicht. Und auch da, wo es gar keine Migration gibt, lustigerweise, in bestimmten Teilen Europas und so weiter, werden ganze Wahlkämpfe über Migration geführt, obwohl es gar keine gibt. Also auch die sind sozusagen sehr schwer mit der postmigrantischen Gesellschaft beschäftigt, auch wenn Sie vielleicht das Gefühl haben, Sie müssten die abwehren. Also das heißt, Migration ist kein Randthema mehr. Also die Zusammensetzung der Gesellschaft ist kein Randthema mehr, sondern es ist ein ganz zentrales Thema für die Gestaltung der Gesellschaft. Und das ist offenbar durchaus nicht leicht klarzumachen. Also weg von der Schule nochmal, der Koalitionsvertrag der derzeitigen Regierung hat 185 Seiten, davon beschäftigen sich fünf Seiten mit dem Thema Migration, Integration, wenn Sie so wollen, und davon nochmal zwei Seiten mit Abschiebung. Also das scheint mir jetzt nicht so, dass das erkannt worden ist, dass das ein zentrales Thema für die Gesellschaft ist. Da hat man natürlich auch sehr viel Angst, dieser Tage sozusagen das heiße Eisen, wie auch immer, anzufassen. Ja, aber das entbindet uns noch lange nicht davon, dass es eine Tatsache ist. Und die Tatsache ist auch ganz wichtig, ja, also zu sagen, das ist Normalität. Also es gibt immer diesen Moment, wo man von Vielfalt spricht und sagt, kulturelle Vielfalt ist eine Stärke. Und ich kann das absolut nachvollziehen, dass man das natürlich sagt. Aber so der Begriff Vielfalt, der hat auch immer so eine verniedlichende Qualität. Ja, das ist immer so ein bisschen so wie Vielfalt, das ist das Beste gegen Einfalt. Oder wie dann die interkulturelle Woche immer so heiße, oder Vielfalt tut gut. Ja, aber ist das so, ja? Also ich meine, ich hatte, ich komme gerade aus, ich wohne in Kreuzberg, ja? Also ich kann Ihnen sagen, Vielfalt, die kann ja manchmal wahnsinnig auf den Sack gehen. Also so ist es nicht. Oder wenn neben Ihnen plötzlich hunderte von Leuten einziehen, die aus einem anderen Land geflohen sind, dann muss ich doch niemandem erzählen, dass es jetzt echt eine tolle Sache ist, dass es so ist. Sondern das gibt auch eine Berechtigung zu sagen, irgendwie so, ja, da knirscht es im Gebäck oder so. Aber es geht einfach darum zu sagen, das ist so. Ich muss das gar nicht bewerten. Ich muss gar nicht sozusagen erklären, dass das eine tolle Sache ist. Die Vielheit der Gesellschaft, und deswegen benutze ich auch diesen etwas stärkeren philosophischen Begriff, ist schlicht und ergreifend eine Tatsache, von der ich ausgehe, wenn ich sozusagen politisches Handeln gestalte oder wenn ich über den Bildungsbereich nachdenke. Das ist nicht begründungsbedürftig. Es wäre völlig irre, das begründungsbedürftig zu machen. Nun ist es so, dass der Begriff, mit dem wir für gewöhnlich versuchen, sozusagen die Einwanderungsgesellschaft zu bearbeiten, der Begriff der Integration, und ich glaube, dass wir gut daran tun, diesen Begriff auf absehbarer Zeit nicht nur infrage zu stellen, sondern auch loszuwerden. Ich glaube, dieser Begriff transportiert weiterhin Annahmen, die uns daran hindern, die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Ja, Integration hat sich auch verändert. Darüber kann kein Zweifel bestehen. Also, wenn Sie jetzt sozusagen in die auch oft sozusagen bürgerschaftlich gemeinsam erarbeiteten Integrationskonzepte schauen, dann stellen Sie natürlich fest, dass das sozusagen ein Bündel von Maßnahmen ist, dass sozusagen für mehr Teilhabe und mehr Chancengleichheit gedacht ist, dass Integration als Querschnittsaufgabe verstanden wird, dass betont wird, Integration sei keine Einbahnstraße. Aber sozusagen Integration hat weiterhin einen ständig abrufbaren, sozusagen normativen Kern. Und dieser normative Kern erklärt im Großen und Ganzen, da gibt es uns, wir waren hier schon immer in dieser Gesellschaft und wir sind auch die Richtigen in dieser Gesellschaft und wir haben die richtigen Voraussetzungen. Und dann gibt es Sie, Sie sind zu uns dazugekommen und Sie weisen im Großen und Ganzen bestimmte Defizite auf. Und wenn Sie sich mal die Defizitdiskussionen anschauen, und wenn Sie sich überhaupt die Diskussion über Migration angucken in den letzten 40 Jahren, dann stellen Sie fest, es geht immer um Sprachprobleme, es geht immer um patriarchale Familienverhältnisse und es geht immer um, in Anführungszeichen, Ghetto-Bildung, mittlerweile als Parallelgesellschaft bezeichnet. That's it. Darüber diskutieren wir seit 40, 50 Jahren in diesem Bereich. Und das entspricht nicht der Realität vor allen Dingen, weil mittlerweile haben wir natürlich auch eine Mittelschicht mit Migrationshintergrund, an wie vielen türkischen Namen ich auf dem Weg hierhin vorbeigelaufen bin, wo Arztpraxis dran steht und so weiter, was natürlich eine viel größere Bedrohung bedeutet als Einwanderung per se, wenn Leute sozusagen plötzlich in meinem direkten Umfeld als Konkurrenz auftauchen, wenn ich Akademiker bin. Denn die populistische Diskussion hat sicher dieser Tatsache sehr viel zu verdanken, aber natürlich auch sozusagen, was die Einwanderung generell betrifft. Also Einwanderung ist nicht mehr so wie in den 60er Jahren, obwohl man natürlich mit den Folgen davon lebt, sondern es gibt eine Einwanderung durch alle Segmente des Arbeitsmarktes dieser Tage von sehr hochqualifiziert bis sehr niedrigqualifiziert. Das heißt sozusagen, diese Diskussion entspricht auf der einen Seite der Realität nicht mehr, hat aber auch sozusagen so eine bestimmte Art des, prägt eine bestimmte Art des Umgangs. Das bedeutet, im Großen und Ganzen wird Integration immer in Sonderklassen, in Sonderprojekten abgehandelt, die darauf abzielen, diese angenommenen Defizite zu kompensieren und zu korrigieren. Und das Ganze findet ganz oft auf Projektbasis statt. Also wenn Sie sich die Integrationskonzepte angucken, dann ist es ganz oft so, ja klar, interkulturelle Öffnung der Verwaltung, das ist schon ein Thema geworden, da komme ich nochmal darauf zu sprechen, aber auf der anderen Seite sind das ganz viele aneinandergereihte Projekte und wer in diesem Bereich tätig ist, der weiß, dass das sehr, sehr oft Projekte sind. Was aber das Problem ist bei diesen Projekten ist, dass sozusagen, ich meine, ich habe Psychologie studiert, das heißt, als Psychologen sind wir natürlich darauf angewiesen, dass Leute Probleme haben. Und Sozialpädagogen sind darauf angewiesen, dass Leute Probleme haben. Niemand hat die Förderschule härter verteidigt als die Lehrer dort. Und Pädagogen insgesamt haben wahrscheinlich auch ein Interesse daran, dass Leute Probleme haben. Also das heißt, sozusagen, wenn Sie das so organisieren und das sozusagen als Defizitkompensation auf Projektbasis stellen, dann müssen wir alle quasi notwendig, auch weil wir eine Folgeförderung brauchen, daran mitarbeiten, das Bild vom armen, bedürftigen, defizitären Migranten aufrecht zu erhalten, obwohl es falsch ist. Und man konnte sozusagen in der Diskussion über Geflüchtete auch ganz gut sehen, wie alle quasi fast erleichtert zu diesem richtig alten, also jetzt brauchen wir jetzt diese ganz interkulturelle Öffnung, jetzt ist echt viel Arbeit, also jetzt können wir endlich mal wieder über Integration reden, weil da waren die Leute, die wirklich die Sprache nicht konnten. Nur der Punkt ist sozusagen, also jetzt nochmal über die Quereinsteige. Also was erstaunlich ist, obwohl wir so oft über Sprachprobleme diskutieren, gibt es in Deutschland extrem wenig pädagogische Konzepte für frühkindlichen Spracherwerb, für Deutsch. Und das ist schon interessant, also dass man lieber darüber diskutiert, als sozusagen diese Konzepte zu entwerfen. Das heißt, es gibt auch sozusagen ein gewisses Interesse daran, diese Diskussion immer und immer und immer und immer wieder zu führen. Das heißt, wir brauchen im Grunde keine Deutschklassen, so wie Herr Söder sich das vorstellt, oder wie das sonst in Auffang und Willkommens und Sprachklassen und so weiter organisiert ist, sondern braucht im Grunde eine Idee darüber, wie sozusagen Spracherwerb in den Regelunterricht hineingebracht wird. Und tatsächlich gibt es ja gute Vorbilde dafür. Schweden und Kanada zum Beispiel machen das so. Da kommen Kinder nicht in Sondermaßnahmen, sondern die werden alle sofort im Regelbetrieb beschult. Was aber auch bedeutet, wenn man das macht, dann muss man sozusagen die Heterogenität tatsächlich auch auf dieses Feld beziehen und nicht Migrationshintergrund quasi immer rausnehmen aus der Heterogenität und als besonders problematisch bezeichnen. Und dann kann man Spracherwerb auch inklusiv organisieren. Es fehlt uns nicht an den Konzepten und den Papieren, das hat Herr Grasmück eben auch schon mal gesagt. Also Bayern zum Beispiel hat in 2001 ein durchaus wirklich substanzielles Konzept für Deutsch als Zweitsprache vorgelegt. Das aber niemand wirklich kennt. Und Deutsch als Zweitsprache ist ja sozusagen die Idee, Deutsch im Regelunterricht zu vermitteln. Also Kanada macht das über fünf bis acht Jahre im Regelunterricht mit Englisch als Zweitsprache, wo natürlich es darauf ankommt, dass alle Lehrer sozusagen diese Fähigkeit, Deutsch als Zweitsprache zu vermitteln haben. Wenn Sie ein offeneres Klassenzimmer haben, also wenn Sie nicht mehr Frontalunterricht machen, wie das ja jetzt an vielen Grundschulen auch der Fall ist, dann sind Sie natürlich mit den ganzen Schulhelfern und Sozialpädagogen, wenn Inklusion auch noch gemacht wird und Pädagogen, die ohnehin alle im Klassenzimmer sind, durchaus in der Lage, den Spracherwerb inklusiv zu organisieren. Und auch bei den Kindertagesstätten gäbe es da sehr viel Bedarf, sozusagen in diese Richtung Fortbildung zu machen. Ich meine, Erzieherinnen, ich meine, das ist mittlerweile eigentlich ein Studium. Also das ist auch noch nicht was, wo man, also man sagt zwar die ganze Zeit die Kitas, wir müssen das alle richten, aber dass es ein Ausbildungsberuf ist, der das gar nicht beinhaltet vom Curriculum her, auch diesen Sprachunterricht zu machen, das wird dabei eigentlich gar nicht mitgedacht. Und dann gibt man einfach nur den Druck nach unten weiter, weil die sollen das dann im Großen und Ganzen machen, aber so geht das natürlich nicht. Also das bedeutet, da ist einfach sehr viel zu tun an der Umstrukturierung des Regelbetriebes der Schulen selbst. Worauf es im Grunde ankäme, wäre sowas aufzustellen, also ich habe früher auch von Interkultur oder interkulturellen Eröffnung gesprochen, damit habe ich auch so ein Problem mittlerweile bekommen, weil natürlich immer dieser Begriff Kultur drin ist. Man sagt das auch immer so selbstverständlich, Menschen aus anderen Kulturen, ich weiß überhaupt nicht, was das ist. Also was ist das, Menschen aus anderen Kulturen? Wie ist man eigentlich, wenn man aus einer anderen Kultur ist? Und wie ist man, wenn man aus der Kultur ist? Ich weiß es nicht. Also irgendwie versuchen Sie das mal zu erklären, was das ist aus einer anderen Kultur. Aber das ist sowas auch wieder so selbstverständlich, sagt man diese Begriffe. Mit Migrationshintergrund klingt auch nicht super oder off-color oder was weiß ich, was wir für Begriffe nehmen. All diese Begriffe leben im Grunde davon, dass sie natürlich eigentlich auf ihre eigene Überwindung abzielen. Aber ich kann natürlich nicht ohne Begriffe auskommen. Das heißt, wenn ich nicht über Migrationshintergrund spreche, was ich eigentlich gar nicht tun möchte, dann kann ich aber auch nicht Benachteiligungen diskutieren. Also die Personen mit Migrationshintergrund haben in Deutschland ein Armutsrisiko von 27,3%. Also das ist ein Erbe sozusagen der Unterschichtung der 60er Jahre. Wenn sie deutsche Herkunft haben, haben sie ein Armutsrisiko von etwa 13%. Und das ist natürlich Benachteiligung. Darüber müssen wir reden. Aber ich kann darüber nur reden, wenn ich über Migrationshintergrund rede. Also irgendein Wort brauche ich. Aber aus anderen Kulturen wiederum macht daraus so etwas Substantielles und nichts, was sozusagen der Überwindung bedarf. Also der Begriff Interkultur, ich benutze den nicht mehr so gerne, sondern ich spreche jetzt in Ableitung von Vielheitsplänen, die anzufertigen sind. Und in Bezug auf das Bildungssystem fragt man sich natürlich, wo wäre denn dieser Vielheitsplan für das Bildungssystem? Also es gibt natürlich sehr, sehr viele Maßnahmen im Bereich Bildung. Und wie gesagt, es gibt Schulen, die es besser und schlechter machen. Aber es gibt relativ wenig Bemühungen darum, tatsächlich einen, wie auch immer, umfassenderen Vielheitsplan aufzustellen, der eigentlich notwendig wäre für alle Institutionen, Organisationen, Einrichtungen in der Bundesrepublik. Zumal die, die aus Steuergeldern finanziert wird. Das ist auch ein Perspektivwechsel. Wir gucken jetzt einmal nicht mehr auf die Kinder mit Problemen oder die Kinder mit Defiziten, sondern wir gucken auf die Defizite der Institutionen. Also wir schauen uns an, ist diese Institution eigentlich ausgerüstet für die Vielheit der Gesellschaft, die wir nicht mehr hinterfragen, sondern die wir voraussetzen als Handlungsfokus. Und das ist sozusagen der Ursprung dieses Vielheitsplans. Und da geht es um ganz verschiedene Dinge. Da geht es um, ich habe jetzt die umfassende Zeit, das jetzt alles durchzubuchstabieren, aber nur mehrere Punkte angesprochen. Da geht es natürlich zum Beispiel um das Personal an Schulen. Auch das hat Herr Grasmus eben gesagt, wenn Sie in die Klassen gehen, oder ich war es Amelie gerade, wenn Sie in eine Schulklasse gehen in einer Grundschule, dann sehen Sie diese Vielheit natürlich. Die springt sofort ins Auge in den Grundschulen der Republik, aber auch in den weiterführenden Schulen. Wenn Sie aber an diesen Schulen ins Lehrerzimmer gehen, da ist von Heterogenität im Großen und Ganzen keine Spur mehr. Und das ist natürlich auch besonders dann, wenn es die sogenannte Problemschule ist, dann ist da ganz oft Lehrpersonal, das nicht in dem Viertel wohnt, wo die Schule steht, sondern in einem Viertel, wo wenig Personen mit Migrationshintergrund leben, dass die im Bekanntenkreis wenig Personen mit Migrationshintergrund haben, deren Kinder auf Schulen gehen, wo wenig Kinder mit Migrationshintergrund sind und die im Großen und Ganzen aus einer Schicht stammen, die man als bildungsbürgerlich charakterisieren würde. Also wir können das Milieu wahrscheinlich noch genauer bestimmen mit Sinus oder Ähnlichem, aber Sie wissen ungefähr, wovon ich rede. Und da hat man natürlich auch die entsprechenden Vorurteile. Also wenn Sie sozusagen mit so, also die deutsche Mittelschicht zum Beispiel ist extrem technikfeindlich. Also Holzspielzeug, toll. Computerspiele, böse, böse. Und da knirscht es die ganze Zeit. Ich will auch gar nicht sagen, dass die Lehrer dort schlecht sind oder das Lehrpersonal dort schlecht ist, darum geht es gar nicht. Es ist die Frage sozusagen, ob es der Zusammensetzung der Bevölkerung entspricht. Und wenn Sie dann mal die Perspektive umkehren und sich fragen, wo die Parallelgesellschaft ist, dann müssen wir natürlich sagen, die Parallelgesellschaft ist dieser Tage gemessen an der Zusammensetzung der Bevölkerung im Lehrerzimmer. Und das ist, glaube ich, eine gute Frage. Eine gute Frage, die man sich die ganze Zeit stellen muss, wenn man auch in einer Einrichtung arbeitet. Es ist einfach, die Parallelgesellschaft da draußen zu beobachten. Aber vielleicht ist das da einfach nur Zusammenleben. Und vielleicht bin ich die Parallelgesellschaft. Also vielleicht ist sozusagen die Zusammensetzung dessen, Kulturinstitutionen, ganz klare Parallelgesellschaft. Also, und man hat aber sehr große Ansprüche, die damit einhergehen oder befindet sich selbst als die Norm in dieser Gesellschaft, während man de facto eigentlich schon Parallelgesellschaft ist. Und das ist im Grunde immer ein guter Ansatz, über Vielheitspläne nachzudenken. Wo ist die Parallelgesellschaft? Vielleicht bin ich die Parallelgesellschaft. Und da startet sozusagen das Umdenken. Nun reicht es, also viele Bundesländer haben mittlerweile Programme, um den Anteil an Lehrern mit Migrationshintergrund zu erhöhen. Das reicht aber alleine tatsächlich noch nicht. Also man kann jetzt nochmal ins Detail gehen, darüber auch, wie rekrutiert wird im Lehrerberuf. Also wo kommen die Lehrer eigentlich her? Was muss man für Voraussetzungen erfüllen, um Lehrer zu werden? Und so weiter und so weiter. Also all diese Fragen sind auch eigentlich welche, die sehr selten mal gestellt werden. Aber auf diese Fragen kommt es natürlich an, auch wie sozusagen bei Bewerbungsgesprächen das Gremium zusammengesetzt ist, was Leute aussucht. Das ist jetzt beim Bildungssystem nicht ganz so, aber man kennt diese Bewerbungsgespräche, wo man da hingeht und dann sitzt man vor fünf Leuten und die sehen gefühlt alle gleich aus. Und die reden auch gleich. Und dann ist es natürlich so ein Moment, wo man sich fragt, also wenn jetzt diese fünf Leute da total gleich sind, total gleich reden, wie wahrscheinlich ist es, dass sie jemanden nehmen, der anders redet als sie selbst oder anders ist als sie selbst. Also das sind natürlich alles Überlegungen, die man in den Vielheitsplan einbeziehen muss, wie wird eigentlich rekrutiert. Abgesehen nochmal von der ganz grundsätzlichen Tatsache, dass es erwiesenermaßen so ist, wenn Sie zum Beispiel einen türkischen Namen haben, in der Bundesrepublik, Ihre Wahrscheinlichkeit signifikant sinkt, zu einem Bewerbungsgespräch überhaupt eingeladen zu werden. Das kann man sehr gut in Versuchssettings nachweisen. Also das heißt, darüber muss nachgedacht werden und es geht aber dann im Grunde schon auch an die Substanz der jeweiligen Einrichtungen. Also das ist eine Frage, die sofort sozusagen mehr berührt. Das ist nicht alles nur an einer Stelle zu klären, sondern Sie kommen im Grunde in so einen Organisationsentwicklungsprozess hinein und auf den kommt es auch an. Also das heißt, es reicht auch nicht nur zu sagen, wir brauchen jetzt mehr Personal mit Migrationshintergrund, sondern es muss auch darum gehen, was das für die Organisationskultur bedeutet und wie das Fortkommen dieser Personen mit Migrationshintergrund im Betrieb gesichert ist. Es gibt eine Untersuchung von Karim Ferredoni, gerade über Lehrer mit Migrationshintergrund an deutschen Schulen und sozusagen inwiefern die Erlebnisse mit Rassismus haben. Und es ist teilweise schon ganz dramatisch, was die so für Erlebnisse haben an deutschen Schulen. Also es ist eine dicke Untersuchung. Wir haben die Ergebnisse auch vorliegen. Das heißt, in diesem Kollegium von Lehrern werden die wiederum als die Ausnahme gesehen, was dann dazu führt, dass sie sozusagen die ganze Zeit als du kannst nur das oder das machen, du hast dann kein Recht da und darüber zu reden oder auch über den grünen Klee gelobt werden für völlig selbstverständliche Dinge. Also das ist auch so ein Effekt davon. Hat mich ehrlich gesagt erstaunt, dass es so ist. Also ich war dann doch, also man ist immer wieder überrascht von der Intensität der Erkenntnisse, die man dann hat. Da ist ja die Frage, was tut jetzt die Schule dagegen? Also was passiert an der Schule, wenn diese Lehrer mit Migrationshintergrund da sind? Wird das irgendwo diskutiert? Wird da irgendwas gegen unternommen? Auf der anderen Seite natürlich auch in Bezug auf die Schülerschaft. Also es gab eine Untersuchung von der Universität Oldenburg kürzlich, die festgestellt hat, dass Lehrer auf ganz bestimmte Namen reagieren. Also dass zum Beispiel der Name Kevin bei Lehrern sofort die Assoziation verhaltensauffällig auslöst. Haben die bestimmt Erfahrungen mitgemacht. Also wollen wir gar nicht in Abrede stellen, dass die Erfahrungen da mitgemacht haben. Und da ist gar nicht gefragt worden, was die jetzt über Mehmet oder Vasili denken, aber wir können es uns ungefähr vorstellen. Ja, also nur, was bedeutet das für Kevin, wenn er von dem Lehrpersonal an der Schule so gesehen wird? Und wenn sie dann mit dem Lehrpersonal reden, sagen die natürlich alle, ja gut, weiß ich auch, dass mir das erstmal einfällt, aber das hat natürlich keine Konsequenzen für Kevin. Und da frage ich mich, warum nicht? Ja, also warum hat das keine Konsequenzen für Kevin? Wir wissen sozusagen, dass es für Konsequenzen für Kinder mit Migrationshintergrund hat, wenn es an der Entscheidungsstelle, Grundschule, weiterführende Schulen, darum geht, dass Kinder mit Migrationshintergrund, die trotz ihrer guten Noten wieder auf die Hauptschule oder niedere Schulform überwiesen wird, weil am Gymnasium sozusagen diese sehr normative Vorstellung gilt, wenn du aufs Gymnasium kommst, dann musst du einen Familienbetrieb haben, der dir dabei hilft. Was bedeutet, Mama, Papa müssen da sein, also auch Alleinerziehende sind schon ein Problem für das Gymnasium oft und sozusagen die Familie darf nicht dysfunktional sein, also es muss sozusagen elaboriertes Deutsch gesprochen werden, etc. Also da gibt es eine sehr normative Vorstellung in Bezug darauf und das ist natürlich ein Riesenproblem, dass diese normativen Vorstellungen existieren, aber auch für das Zusammenleben in der Klasse selbst. Janet Ward Schofield hat mal den Begriff Stereotype Threat geprägt, also das heißt sozusagen, dass es eine Gefahr gibt, stereotypisiert zu werden. Kennen wir auch aus der Gender-Diskussion, natürlich aber ganz beeindruckend fand ich immer so eine Untersuchung aus dem indischen Kastenwesen, wo man Tests mit den Kindern gemacht hat und wenn man die Kaste nicht dazu sagt, dann schneiden die Kinder fast gleich ab. Wenn man die Kaste aber vorher dazu sagt, dann schneiden die Kinder aus den niedrigeren Kassen schlechter ab. Ja und das sind natürlich ständige Diskussionen, reden Sie mal mit Eltern, mit Migrationshintergrund sozusagen, also was da für eine Wahrnehmung davon existiert, von Benachteiligungen. Also in Berlin ist es ganz schwer, also Berlin hat ja jetzt sozusagen im Rahmen dieser Inklusion den sogenannten E-Status eingeführt, Integrationsstatus eingeführt, also die Schule bekommt dafür mehr Geld und die Kinder bekommen eine höhere Betreuung in der Klasse. Also eigentlich, abgesehen davon, dass dieser E-Status natürlich wieder so stigmatisierend ist, eigentlich eine gute Sache. Aber ganz viele Eltern mit Migrationshintergrund weisen das zurück. Die wollen keinen E-Status für ihre Kinder, weil sie das als diskriminierend empfinden. Das ist schlecht für die Kinder, aber total nachvollziehbar aus der Sicht der Eltern. Ja, also weil man sozusagen schon das Gefühl hat, ich will auf gar keinen Fall, dass meine Kinder da irgendwo auffallen. Ja, also oder irgendwie in diese Form von Stigmatisierung hineinkommen. Also das heißt, da muss man so etwas geschickter vorgehen, wenn man das verändert, weil Eltern per se das Gefühl haben, dass der Migrationshintergrund doch eine ganz große Rolle spielt. Also erst mal würde ich sagen, also das ist jetzt nicht, also nicht, dass das falsch verstanden wird. Ja, ich will jetzt keine moralische Anklage gegen das Lehrpersonal führen, sondern das Lehrpersonal ist natürlich auch erst mal menschlich, allzu menschlich. Ja, also man macht Erfahrungen, man hat im Grunde genau die gleichen Vorurteile wie alle anderen, aber sozusagen man hält sich natürlich nicht für jemand, der Vorurteile hat. Ja, es ist so wie Psychologen. Also Psychologen haben keine Vorurteile. Wir untersuchen die von anderen. Ja, also und wenn Sie aber mal in die Geschichte der Psychologie schauen, dann stellen Sie sehr schnell fest, dass sämtliches statistische Instrumentarium der Psychologie, Korrelationskoeffizienten und so weiter, womit an allen Universitäten gerechnet wird, und dass das alles aus der Rassenforschung kommt. Ja, und es gibt so ein schönes Buch von einem schwarzen amerikanischen Psychologen, der geschrieben hat, also das Buch heißt Even the rat was white. Ja, also sogar die Ratten, mit denen in der Psychologie experimentiert worden sind, waren weiß. Ja, also das ist sozusagen eine Disziplin, die sehr stark darin verwickelt ist, aber von sich glaubt, dass sozusagen wir die Vorurteile von anderen Leuten untersuchen. Genauso ist das mit Lehrpersonal. Das sind Leute, die halten sich erst mal für gut. Das heißt, wenn Sie die damit konfrontieren, mit einer Rassismusdiskussion zum Beispiel konfrontieren, dann ist die Abwehr dessen natürlich besonders groß. Also das heißt, wo sind die Prozesse innerhalb der Schule, die das aufgreifen? Es geht gar nicht darum, dass das passiert. Nochmal, menschlich allzu menschlich. Es geht, abgesehen von Leuten, die wirklich bösartig sind, in der Hinsicht sind es auch einfach nur Dinge, die eingefahren sind. Das sind Raster, mit denen man immer gearbeitet hat. Also wo sind die Formen von Organisationsentwicklung, mit denen man das angeht? Also wenn Sie jetzt einen, also in Berlin wird die ersten drei Jahre, ich glaube, jetzt in Hamburg auch, also wird jahrgangsübergreifendes Lernen gemacht, an den Grundschulen. Und Jühlklassen sind natürlich per se Klassen, in denen die Homogenität aufgelöst ist. Also Sie haben Schüler aus der ersten Klasse, die mit Drittklässlern zusammen lernen und so setzt sich sozusagen die Schulklasse im Grunde ständig neu zusammen, je nach den Leistungen, die die Kinder bringen. Das bedeutet aber auch, dass sie sozusagen nur teilweise noch Frontalunterricht machen, sondern ansonsten sozusagen die Kinder sich auch gegenseitig coachen, viel mehr Lehrpersonal im Raum ist und so weiter. Also das ist auch ein großes Kunstwerk, wenn man sich so eine Jühlklasse mal anschaut. Aber da haben Sie die Homogenität im Grunde oder die Homogenitätsvorstellungen, die Lehrpersonal hat im Grunde schon durchbrochen. Was auch bedeutet, plötzlich wird das Klassenzimmer offen und plötzlich wird das Klassenzimmer diskutierbar. Plötzlich wird das diskutierbar, was im Klassenzimmer passiert. Warum gibt es dafür nicht noch obendrauf Verfahren von Supervision, um festzustellen, was im Klassenzimmer passiert. Dann ist natürlich die Frage, wie wird überhaupt mit Konflikten umgegangen? Also wenn jetzt an der Schule sozusagen, also wie gesagt, wenn Sie mit Eltern im Migrationshintergrund reden, da ist ganz oft dieses Ding, ja der Lehrer, der hat Probleme mit Türken, Russen, was weiß ich was. Aber ich meine, es kann ja nicht sein, dass das sozusagen unbeantwortet bleibt, dass die Eltern genau das denken. Also wo ist die Elternarbeit, die das thematisiert? Wo sind sozusagen die Formen von Konfliktverarbeitung in dem Moment? Also der Schulfrieden spielt eine ganz große Rolle und unter dem Schulfrieden deckt man dann eher Konflikte zu, als dass man sie thematisiert auf eine gewisse Art und Weise und man muss natürlich auch Verfahren haben, in denen man sie thematisiert und kann nicht den ganzen Tag streiten. Das ist vollkommen klar. Also sozusagen, wo sind all diese Stellpunkte, die man da mit hineinnehmen könnte? Wo ist das Training on the job? Wo sind die Reflexionsräume? Und so weiter und so weiter. Also ich will da gar nicht, da kann man noch sehr lange drüber sprechen, wie das sozusagen zu regeln wäre. Aber da kann ich keine sozusagen systematische Bemühung feststellen, was das betrifft. Es gibt allerlei Versuche, das ist eben auch schon mal erwähnt worden, es gibt sozusagen Konzepte dafür, von denen aber oft nicht klar ist, wie sie eigentlich in den Schulbetrieb übersetzt werden. Einzelne Schulen, wie gesagt, machen diese Dinge auch oft schon, aber dann quasi auf eigene Rechnung. Also das heißt, wir haben so eine Art Flickenteppich momentan sehr, sehr unterschiedlicher Arten und Weisen, wie Dinge gemacht werden. Und das finde ich erstmal nicht zufriedenstellend. Also man kann darauf drängen, dass da mehr in Richtung Vielheitsplan unternommen wird. Ich will jetzt noch was sagen, sozusagen zu diesem Thema kulturelle Bildung, weil das eben angesprochen worden ist. Und da auch nochmal sagen, dass ich natürlich überhaupt nicht nachvollziehen könnte, warum das Kulturagentenprogramm nicht mehr gemacht werden soll, weil das natürlich ein extrem gutes Programm ist. Aber natürlich auch bei dem Kulturagentenprogramm immer die Frage ist, welchen Status hat das eigentlich an der Schule? Also wie ist das implementiert in den schulischen Betrieb? Ist es implementiert oder läuft es eigentlich nur nebenher? Also wie wird das eigentlich ganz genau gemacht? Das heißt, die künstlerischen Prozesse, die da stattfinden und die wir erstmal gut finden, auch in dem Sinne, dass sie es ermöglichen, sozusagen experimentelle, ästhetische Ansätze in die Denkweise mit hineinzubringen. Wo finden die statt? Und wie finden die statt? In Bezug auf die anderen Unterrichtsformen an dieser Schule. Das ist alles was, worüber man sehr viel nachdenken könnte und wo es auch sehr viele Beispiele dafür gibt, wie man darüber nachdenken kann. Nun habe ich an dem Begriff kulturelle Bildung zugegebenermaßen mindestens genauso viel Kritik wie an dem Begriff Integration. Weil ich finde sozusagen, dass dieser Begriff ganz, ganz viele Vorannahmen macht, von denen man nicht weiß, worauf sie eigentlich hinauslaufen. Also ich konnte feststellen, dass kulturelle Bildung in dem Moment ins Spiel kam, als der erste nationale Integrationsplan 2007 in die Welt kam und dieser nationale Integrationsplan den Bildungsinstitutionen, auch den Kulturinstitutionen zumal gesagt hat, ihr müsst euch öffnen, weil die Bevölkerung hat sich jetzt verändert und deswegen müsst ihr Öffnungsprozesse anstoßen. Aber anstatt sozusagen diese Öffnungsprozesse konsequent in Angriff zu nehmen, kam dann der Begriff kulturelle Bildung und da hat man natürlich so ein bisschen das Gefühl, als ob da sozusagen dieser Moment ist, naja, also unsere Angebote, zumal bei Kulturinstitutionen, die sind echt super und wir wissen ja, was wir tun und wir haben auch ganz bestimmte Ideen von Qualität und deswegen müssen die Leute, die jetzt nicht dahin gehen, erstmal dazu gebracht werden, die richtigen Voraussetzungen zu bekommen, damit sie das überhaupt in Anspruch nehmen können und das wird dann sozusagen auf die Schule mit runterbuchstabiert, die dann quasi darauf vorbereiten soll, dass genau diese Angebote wahrgenommen werden und da wird es für mich problematisch, ja, also weil es sozusagen da, weil da sozusagen auch kein Austausch mehr, weil es da keine Idee mehr von Austausch oder auch von gegenseitigem Lernen gibt. Also wenn ich mal auf Kevin zurückkommen darf oder auf Mehmet oder Vasili, vielleicht kann man von denen auch was lernen, ja, also Kevin zum Beispiel, extrem technikaffin, der kennt sich voll aus mit seinem Handy, ja, Lehrer ganz oft, eher nicht, ja. Kevin, also Mehmet und Vasili, irgendwie so, die sind sehr polyglott, Lehrer häufig eher nicht, ja. Dann sozusagen verrichten diese Kinder und Jugendlichen alle enorme ästhetische Arbeit. Das ist ein Begriff, den ich mir von Gernot Böhme geliehen habe, also ästhetische Arbeit. Ich stehe da morgens immer ganz bewundernd, wenn die Schüler in das große Oberstufenzentrum neben mir in Berlin gehen und manchmal guckt man sich wirklich an und denkt, wow, bestimmt eine halbe Stunde vor dem Spiegel verbracht, in puncto Kosmetik und Klamotten sozusagen, um sozusagen eine bestimmte Atmosphäre an sich selbst zu erzeugen, ja. Das ist ästhetische Arbeit. Das muss man ja nicht gering schätzen, ja. Also wenn ich darüber nachdenke, wie ich sozusagen künstlerische Prozesse initiiere, haben die ja wohl offenbar was verstanden davon. Ich kann denen Rothko erklären, am eigenen Körper, ja. Kein Problem. Okay, also das ist sozusagen ganz enorm, was da verrichtet wird. Auch das sehen wir ganz oft nicht. Und dann ist es so, dass die natürlich alle verwickelt sind in das, was Henry Jenkins Participatory Cultures nennt, ja. Also die fangen schon mit Neuen an, irgendwelche YouTube-Videos zu drehen und Blogs zu machen und Gott weiß was alles. Das geht auch oft in die Hose. Das ist auch nicht alles gut, ja. Aber irgendwie so, aber die sind ganz, ganz viel in diese Form von Zirkulation verwickelt. Ob ich das jetzt gut finde oder interessant finde oder so und so. Das ist vollkommen irrelevant. Primär machen die das erstmal, ja. Und das ist sozusagen was, was Erwachsene, wo Erwachsene oft weniger, viel weniger mit zu tun haben oder eher so ein instrumentelles Verhältnis dazu haben, wenn ich mal unbedingt die Jugendlichen erreiche, dann mache ich einen auf Pop oder so. Das ist furchtbar, ja. Also besser, ich lerne was von denen. Ja, ich lasse mir was erklären. Ich gehe nicht davon aus, dass ich sozusagen, um die anzusprechen, besonders hip und cool sein muss. Das ist sozusagen eine typisch erwachsene Vorstellung. Das bedeutet aber auch sozusagen, dass man in dem Moment in so kollaborative Prozesse hineinkommt und ich benutze diesen Begriff Kollaboration, habe ein Buch dazu gemacht, weil ich irgendwie bei mir Partizipation so ein bisschen zum Hals raushängt. Ja, also das ist auch ein Begriff, der irgendwie maßgeblich geschändet worden ist. Also wenn man überlegt, dass irgendwie wahnsinnig viele Leute schon an sogenannten Partizipationsverfahren teilgenommen haben und die hatten dann die Ehre, sozusagen darüber diskutieren zu dürfen, was die Politik eigentlich längst schon beschlossen hat. Ja, das macht keinen Spaß. Also das heißt sozusagen, Kollaboration bedeutet etwas mehr. Kollaboration ist das Risiko, dass ich mich im Prozess auch verändere und dass ich sozusagen Differenzen anerkenne. Ja, also wir sind auch immer gerne bereit. Also Deutschland ist im Grunde ein Land, das Postmoderne nie verstanden hat. Also wenn Sie mal mit jemandem, also das Wort Postmodern wird in Deutschland auch eher pejorativ verwendet. Da sagt immer jeder, everything goes. Ja, das ist Postmoderne. Stimmt überhaupt nicht. Also sozusagen, das hat eine lange Geschichte und es ging natürlich darum, sozusagen gerade gegen die linken Dialektiker dieser Tage zu betonen, dass die Differenz eben nicht in einer Synthese aufgelöst wird oder dass die Differenz nicht in Integration aufgeht oder dass die Differenz nicht in Bildungserfolg aufgeht, sondern dass die Differenz was ist, was sozusagen ständig präsent ist und ständig sozusagen Verhandlungsmasse ist und das ist das, was man in kollaborativen Verfahren macht. Und kulturelle Bildung ist da so kritisch. Also das weiß ich nicht. Man weiß auch immer nie, ob es Kunst ist. Also es gibt ja immer so, also in Deutschland ist ja auch immer die Rede Kunst und Kultur. Da frage ich mich, was ist jetzt das eine und was das andere? Und Kunst, das ist eigentlich das, was sozusagen die Kultureinrichtungen machen und die haben bestimmte Vorstellungen davon, was das ist, Objekt und Qualität. Also man kann jetzt mal fragen, ja was ist denn Qualität? Und dann sagen die ja, das was wir machen. Also im Grunde weiß das gar keiner mehr genau, was das eigentlich wäre. Qualität und Kultur, das ist das andere. Das ist das, was in den 60er Jahren so mit reingekommen ist. Kultur als ganze Lebensweise, populäre Kultur und so weiter, das ist das, was man mit den Leuten so macht. Das ist Kultur. Das ist aber nie Kunst. Und warum eigentlich nicht? Weil es sollte Kunst sein. Also wenn Sie sozusagen eine Mixed Able Tanz Company haben, weil eben von Tanz die Rede war. Also eine Mixed Able Tanz Company, besteht ja nicht daraus, eine pädagogische Maßnahme für Behinderte zu machen. Sondern sozusagen behinderte Tänzer haben Bewegungsqualitäten, die ich nicht habe, weil ich keine Behinderung habe. Das heißt, ich kann diese Bewegungen nicht ausführen. Und das ist sozusagen die Idee zu einer postmodernen, eines postmodernen Tanzes, zu sagen, es gibt Differenzqualitäten, die eingebracht werden. Und da gibt es erstmal keine Hierarchie zwischen diesen Differenzqualitäten. Und das ist natürlich ein ganz anderer Ansatz, als zu sagen, wir machen das sozusagen Top-Down, was ganz häufig der Fall ist. Wahnsinnig viele Projekte mit Geflüchteten gemacht worden. Und wenn Sie mit den Leuten reden, die die gemacht worden haben, die immer alle gesagt haben, ja, das Projekt, das machen wir auf Augenhöhe. Und dann denkst du, aha, also irgendwie, also stehst du da und du verfügst über einen gesicherten Aufenthalt und über enorme, sozusagen sprachliche Ressourcen, finanzielle Ressourcen und so weiter. Und das mit Leuten zu tun, die all das nicht haben. Da gibt es keine Augenhöhe. Das ist totaler Unsinn. Also das heißt, ich kann ja nur die ganze Zeit die Autorität, die ausgeübt wird und die notwendig und immer ausgeübt wird, zirkulieren lassen. Ja, also ich muss Situationen herstellen, in denen die Wissensressourcen von Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, eine große Rolle spielen. Ja, also wenn ich einen Designer syrischer Herkunft habe, dann sorge ich dafür, dass dieses designerische Wissen, was der hat, in den jeweiligen Projekten zum Ausdruck kommen kann. Und dann hat diese Person die Autorität. Genauso geht das auch mit Projekten, mit Kindern und Jugendlichen, also dass die Autorität im Grunde ständig zirkuliert. Anarchistische Diskussionskreise, in denen man davon ausgeht, dass wir echt alle gleich sind und so weiter, da stellt sich Autorität quasi unvermittelt wieder ein. Also das heißt, man muss über all diese Dinge sehr viel nachdenken. Und noch ein letztes Wort zu kultureller Bildung und dann bin ich auch in der Zielgerade. Ich finde es ganz interessant, also die eben erwähnte Frau Vietz hat mich mal hier herangeführt sozusagen an die Hamburger Stadtteilkultur und da gibt es eine globale Richtlinie Stadtteilkultur und da war immer dieser fantastische Satz drin, also dass es darum geht in der Stadtteilkultur, das sozusagen die Hamburger Version der Soziokultur ist, Menschen aus verschiedenen sozialen und kulturellen Hintergründen und Menschen mit Behinderungen an den kulturellen Reichtum der Stadt Ramburg heranzuführen. Und dann stellt man sich ja mehrere Fragen. Verschiedene kulturelle und soziale Hintergründe, also wenn es Leute gibt, die die haben, dann gibt es ja auch Leute, die die nicht haben. Und wer ist das? Die Leute, die keine verschiedenen kulturellen und sozialen Hintergründe haben. Also ist eigentlich relativ klar, wer das ist. Aber das ist ja interessant, also es gibt Leute, die keine verschiedenen kulturellen und sozialen Hintergründe haben und das sind die Leute, erstaunlicherweise, die den kulturellen Reichtum der Stadt repräsentieren. Nicht die anderen. Die repräsentieren den kulturellen Reichtum der Stadt und die anderen haben im Grunde gar keine Kultur, sondern müssen da rangeführt werden. Und das ist sozusagen ganz oft sozusagen dieser zugrunde liegende Text bei kultureller Bildung und da geht das Plädoyer ganz klar dahin, sozusagen diese Begrifflichkeiten, vielleicht nennen wir es künstlerische Prozesse oder wie auch immer. Also irgendwie da ist seit den 60er Jahren darüber diskutiert worden, was künstlerische Prozesse, was künstlerisches Denken bedeuten kann, auch für andere Versionen. Also die Artist Placement Group zum Beispiel hat das mal vorgemacht, wie man sozusagen Künstler in andere Betriebe hineinsetzt und damit sozusagen sich darüber Fragen stellt, über die normalen Abläufe. Es gibt Milliarden von Beispielen dafür und Lucy Lippert hat irgendwann mal gesagt, dass die Community Arts oder die Community Arts with an Edge, dass das sozusagen der legitime Nachfolger der Konzeptkunst ist. Das heißt, man muss sich mit sowas auch nicht verstecken. Kulturelle Bildung, das tut immer so, als sei das irgendwie, ja, das ist irgendwie der untere Bereich von allem. Ja, also das machen wir auch noch und schön, aber im Grunde haben wir ja immer noch unser großes Haus im Theater. Nee, das, was da gemacht wird in kultureller Bildung, das ist die aktuellste, zeitgenössischste, interessanteste Kunst und das sollte der Ansatz sein. Und das sollte auch der Ansatz sein, wenn man das in den Bildungsbetrieb entsprechend hinein buchstabiert. Und dafür gibt es auch Beispiele aus Frankreich. Jacques Lang hat das damals mal gemacht, für die französischen Schulen also sozusagen künstlerisches Denken da reinzubringen. Es gibt ganz viele Vorbilder dafür, wie man das angehen kann. Ich habe nur noch eine aller, 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 allerletzte Bemerkung und zwar, das ist nochmal, wird nochmal jetzt ganz groß, also, weil das auch so eine Diskussion ist, die wir dieser Teil gerne führen. Ich finde natürlich auch, dass die Grenze jedes Vielheitsplanes immer das Grundgesetz ist. Also sozusagen das Grundgesetz regelt das Zusammenleben in der Bundesrepublik Deutschland in einer demokratischen Gesellschaft auf ganz fundamentale Weise. Man muss auch nicht immer zufrieden sein mit dem Grundgesetz, aber das ist sozusagen die Grundlage, die da ist. Insofern, wenn es sozusagen Ansprüche gibt, die gegen das Grundgesetz verstoßen, dann muss ich sozusagen die auch entsprechend behandeln. Aber wenn jetzt davon die Rede ist, das sei unser Grundgesetz, dann würde ich gerne nochmal einen Einspruch erheben. Also, weil da wird im Grunde so getan, als wäre das das Gesetz, was quasi sozusagen aus unserer deutschen Substanz herausgelaufen wäre und dann gab es das Grundgesetz und wir waren ja schon immer wahnsinnig demokratisch und überhaupt. Aber da kann ich nur nochmal daran erinnern, dass dieses Grundgesetz noch 1949 geschrieben worden ist, vom sogenannten Parlamentarischen Rat und dass der Parlamentarische Rat durchweg zusammengesetzt war aus Leuten, die noch vier Jahre zuvor als Parasiten und Volksverräter gegolten haben. Also, das sind die Leute, diese Parasiten und Volksverräter, sind die Leute, die das Grundgesetz geschrieben haben und die haben nicht zuletzt sehr stark auf das Individuum abgehoben, weil sie die Erfahrung des Nationalsozialismus gemacht haben. Dieses Grundgesetz ist zustande gekommen, also quasi bewacht hat den Parlamentarischen Rat, die haben die Alliierten, also die Waffengewalt der Alliierten haben diesen Parlamentarischen Rat bewacht und man hat das Grundgesetz im deutschen Volk damals nicht zur Abstimmung vorgelegt, weil man befürchten musste, dass das deutsche Volk dieses Grundgesetz nicht bejahen würde, weil noch vier Jahre vorher waren die Nazis und deswegen waren die nicht für diese demokratische Grundlage. Das heißt, das Grundgesetz war im Grunde ein langer Lernprozess, ein langer Lernprozess für die damaligen Einwohner der Bundesrepublik Deutschland, die sozusagen dieses Grundgesetz irgendwann mal bejaht haben, weil dieses Grundgesetz funktioniert, weil dieses Grundgesetz in starken Institutionen tatsächlich gelebt wird und weil das Bundesverfassungsgericht eine Autorität darstellt und man sozusagen diese Ordnung wo Teile dann abgeleitet sind und so weiter und so weiter. Also das ist sozusagen der Lernprozess, den Deutschland und seine Bevölkerung durchlaufen hat. Insofern ist auch sozusagen die Einwanderung niemals ein Moment, wo ich zu Leuten sage, unser Grundgesetz, sondern ich gehe davon aus, dass dieser Lernprozess über das Grundgesetz sich in der Einwanderungsgesellschaft ständig fortsetzt. Vielen Dank. Du hast abgegrenzte interkulturelle Kompetenz mit dem Vorzug des Begriffs Vielheitsplan. Das würde ich gerne mehr erläutert haben, weil ich glaube, die interkulturelle Kompetenz ist ja gar nicht mal so doof, aber ich lerne gerne dazu, was da so der Abgrenzungskriterium ist. Nee, das ist auch, also sagen wir mal so, diese Begriffe sind alle im Grunde welche, die einem dann am Ende wieder nicht gefallen. Also das ist auch, ich habe überhaupt, ich gehe jetzt, ich laufe die nicht die ganze Zeit rum und sage, du darfst aber den Begriff nicht benutzen oder den Begriff nicht benutzen. Komm doch immer darauf an, was die Leute damit meinen. Ich habe nur die Erfahrung gemacht, dass bei sozusagen Interkultur oder Transkultur und so weiter und so weiter, also im Grunde immer dieser Kulturbegriff mittransportiert wird. Und dieser Kulturbegriff wird dann ganz schnell gerät da in so ein ethnisches Fahrwasser und das ist was, was ich im Grunde die ganze Zeit vermeiden möchte. In den Begriff Vielheitsplan kann ich mehr mit reinbringen. Der Begriff Diversität ist aber auch jetzt einer, der so aus den USA im Grunde abgeleitet wird und damit auch so bestimmte Dinge transportiert wird. Ich habe mir jetzt einfach einen schönen deutschen Begriff genommen mit Vielheit und dann gesagt Vielheitsplan. Aber du hast auch bei interkulturellen, bei interkultureller Öffnung oder ähnlichem, also Interkultur, da ist auch immer, da ist auch gleich immer noch, also im Grunde im Hintergrund immer noch dieses Straßenfest da, wo irgendwie eine griechische Band mit türkischen Instrumenten, russische Volksweisen spielt oder ähnliches. Also sozusagen so was niedliches daran. Und dann noch ein Wort zu interkultureller Kompetenz. Also interkulturelle Kompetenz, das wird natürlich jetzt ganz viel gemacht. Und das sind dann immer so anderthalb, zwei Tageskurse, die in der Verwaltung oder manchmal auch an Schulen und so weiter gemacht werden. Und das ist, also ich habe damit Probleme, also das kommt darauf an, wie diese Kurse gemacht sind. Manche sind sehr gut, manche sind aber auch echt schlecht. Das muss man dazu sagen. Und dann ist es so, dass das so eine, das hat so eine technologische Kraft quasi. Wenn wir jetzt nur alle interkulturelle Kompetenz lernen als persönliche Eigenschaft, dann wird die Sache schon wieder in Ordnung sein. Dabei ist aber zwei Tage, ich meine, damit ist es einfach nicht getan. Die Leute kommen auch mit einer gewissen Energie, wenn der Kurs gut war, in die Institution zurück. Und dann ist die Routine da. Und die Routine, mit der man Dinge auf eine ganz bestimmte Art und Weise macht. Und du läufst einmal gegen die Wand und zweimal gegen die Wand und drei Tage später machst du alles so, wie du es vorher gemacht hast, weil es gar nicht anders geht. Und das ist eben sozusagen Vielheitsplan dem Entgegessen. Es muss einen Plan geben und sozusagen einen Plan, der die ganze Einrichtung umfasst. Und dann musst du dir überlegen, wie viele Ressourcen du hast und was du priorisierst in diesem Prozess, von wem das eigentlich ausgeht. Also geht das sozusagen von den Leuten aus, die da arbeiten oder geht das von oben aus? All das sind Sachen, die Ansatzpunkte bieten. Aber das ist auch nicht was, was in einem Jahr erledigt ist, sondern das ist eine strategische Orientierung auf einen längeren Zeitrahmen. Also das ist sozusagen die Energie dahinter. Ich bin aber, ich halte intergulturelle Öffnung auch für einen vollkommen legitimen Begriff. Und so, wie das auf institutionelle Veränderungen abgestellt ist oder so, meine ich auch durchaus das Gleiche. Dankeschön. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.